Ich hoffe, bei dem Hintergrund sieht man mich noch. Genau, es sei einfach du selbst, einfach in die Kamera schauen. Welcher Tätigkeit gehen Sie zurzeit nach? Projektmanager. Eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. Ich mache duale Studium. Ich studiere Germanistik. Was ist Ihre Heimat? Südkorea. Deutschland. Die Pals. Ich wiederhole, was ist … Nee, nee, ich habe schon verstanden. Hier steht, Ihre Eltern kommen aus Sri Lanka. Fühlen Sie sich da zugehörig? Machen Sie sich da zugehörig? Machen Sie sich da zugehörig? Nein, dorkshi? Nein. Habt ihr schon das neue Album von Anna May Kaldrigg gehört? Das ist so geil! Von wem? Habt ihr den neuen Trailer von BJM Nightmare gesehen? Oh mein Gott, ja, sieht das so gut aus! Lasst dann da zusammen rein! Ja, ja schon. Aber ich bin hier geboren. Ich war selbst erst zweimal dort. Das ist schon lange, was ich mit dem Dinge. Hör mal, es ist gerade mal 19 Uhr. Ich bin ein bisschen. Vendel. Das ist habe ich mit dem Dinge. Ich habe es erzählt, dass wir alles über die ganze Zeit haben. Wir waren sehr gut. Das steht alles wieder. Als ich die Persianische Kanteine mache. Sie ist frei. Wenn Sie alle gucken, schreibe da. Dann schilke auf eine einzelne Kanteine und dann schießt das hier. Was die Mutter sagte, ich habe dir, denn verdiebte die Kanteine. So ist das neben mir. Der hat schaut, da. Ich schreibe hier. Ah, ja, da hinten kommt sie. Hi, schön, dich zu sehen. Sorry, ich musste nur was mit meiner Mom klären. Also sehen Sie sich als Deutsche. Tue ich das? Was sind die Witze eigentlich? Ach, überraschend. Bitte, Schwarztee. Danke. Ich trinke sogar dreimal am Tag Schwarztee. Echt jetzt? Dann sieht man mal wieder, wer die Inderin hier im Haus ist. Wenn, dann so, dann keine Schubwurzeln. Aber ich bin deutscher und Migrationshintergrund. Naja, nicht laut einem Teekonsum. Aber laut meinem Personalausweis. Müsste es schon weiß sein, oder? Nur Spaß. Ja, das war's. Ja, das war's. Myönlich. Echt? Oder? Ja, ich bin auf. Verletz2-Koik. Also sehen Sie sich als Deutsche. Tue ich das? Nein, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Okay, Wahrheit. Würdest du jemanden Schwarzen heiraten? Ja, wenn es der richtige ist. Alter, Justin ist so ein Idiot. Ja, was meinst du? Würdest du einen Schwarzen heiraten? Man heiratet Person und keine Farbe. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so mein Typ. Ja, ich stehe halt irgendwie auf Blondes an. No offense. No offense. Und, wie darfst du mit Hannah? Lauf eigentlich ganz gut. Übrigens ist mir jetzt aufgefallen, meine Freunde werden einfach immer besser. Guck mal, Lena war blond, reich und geil. Und Hannah ist jetzt einfach blond, reich, älter und geil. Und dazwischen komme ich. Ja, aber du bist schwarz. Das war dann wieder ein kurzes Downgrade. Fick dich. Hä? Der sei doch mal nicht so. Das war doch nur ein Spaß. Wo ist denn dein Humor geblieben? Was sind sie nun? Deutsch oder Tamilisch? Muss ich das eine oder andere sein? Verstehen Sie mich nicht falsch? Kulturen können was so Wundervolles sein. Sie sind vielfältig und farbenfroh. Und es ist das Allerschönste zu sehen, dass so viele verschiedene hier in Deutschland vertreten sind. Die Art, wie und mit was ich aufgewachsen bin, meine Herkunft, meine Wurzeln, sind ein großer Teil meiner Geschichte. Ich habe mich nie wirklich zu 100 Prozent dem einen oder dem anderen dazugehörig gefühlt. Und das ist vollkommen okay. Die Frage ist also nur, können alle anderen das auch akzeptieren? Manchmal sind unsere Sichtweisen schwarz-weiß. Aber so ist unsere Welt nicht. Unsere Welt ist bunt und so auch die Menschen, die auf ihr leben. Wir alle lachen. Wir alle weinen. Wir alle haben das Bedürfnis nach Nähe und Zuneigung. Die einzige Rasse, mit der ich mich identifizieren möchte, ist Mensch. Und zu Hause habe ich mich am meisten bei den Leuten gefühlt, die mir trotz unserer Unterschiede diese nicht erkennen lassen und mir das Gefühl von Zugehörigkeit gezeigt haben. Okay. Oh, ich habe es nicht aufgenommen. Echt? Sorry. Nein, das würde ich auch nicht sagen. Jetzt auch nicht. Ich will, ich stehe. Warte mal, ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe einen Faden verloren. Irgendwas mit Blond. Ich habe schon eine... Aber das ist meine Personalausweis. Na, dafür müsstest du schon schwarz sein. Nein, nein. Seh dich nicht in die Kamera. Ganz normal. Ach, schu... Ich so... Ganz normal. Und dazwischen kommt auch ich. Ja, was? War wieder ein... Schwarz. Ich bin hier geboren. Ich war erst selbst zweimal tot. Ich war selbst erst zweimal tot. Nein, selbst... Ich war erst selbst zweimal tot. Selbst... Zwei, zwei, drei, ein... You little stupid heads, bitch. I'm fucking with you. Oh... Oh... Warte, das filmt aber noch nicht, oder? Doch, das filmt jetzt schon. Filmt es schon? Filmt es schon. Ah, fuck. Danke.